Ladies and Gentlemen! Herzlich Willkommen zurück zu Dino Crisis! Moment, jetzt sitzt er noch nicht richtig. So! Gut, wir machen mal weiter. Äh, so. Medizin, Parabellum, Eskipadrone, Blutstelle plus... Ja, das passt erstmal so. Das jetzt eigentlich nochmal. Veräubung. Ist da auch noch irgendwas? Ah, wer sagt's denn? Das ist ein Computer-Terminal zur Überwachung der Sicherheit in diesem Bereich. Das sieht wie eine Notiz ans Personal aus. Willst du's hier lesen? Ja! Moment, Headset! So, entschuldigung, dass es ein wenig geknistert hat, aber jetzt fällt mir das Ding nicht mehr vom Kopf. Huhuhu. So, an Ellen. Der Container im Waffenlager wird nächste Woche vom Hafen aus abtransportiert. Bitte erledigen Sie die Wartungsarbeiten am Kran in dieser Woche. Ups. Ich gebe Ihnen den Dedika für den Hafen, damit Sie anfangen können. Achten Sie darauf, ihn stets bei sich zu tragen. Aber ich habe nur ein Dedika, ich brauche zwei Dedikas. Oder? So, Eingabe-Disk und ich brauche nur die Code-Disk. W-W. Juhu, habe ich schon länger nicht gemacht. So. Ich nehme mal den da, ja. So, dann mal da durchgehen. Gucken wir jetzt hier mal irgendwo weiter? So, boah, wie dieses Hintergrundgeräusch nervt, ne? Okay, da haben wir noch nichts bekommen. Moment, da war doch noch eine Tür da hinten. Ne, da sind wir nicht reingekommen. Da sind wir schon reingekommen, das war das, äh, wo wir die Batterie holen konnten. Benutzt den Schlüssel sehr schön. Durchgang zum Durchführungsraum. Mal sehen, wo ich hier rauskomme. Jetzt hört sich noch zwei an. Dann nehme ich dann doch lieber das große Teil. Ne, ist doch das eine. Äh, wechseln wir mal auf die Pistole. Nutzen. Noch zwei. Aua. Ey. Geht's noch? Kleines Stück Scheiße, lass mich los. Okay. Ja, brauchen wir definitiv was Größeres. Ja, ja, ja. Wiederbelebensmedizin wurde benutzt. Ja, ja, ja. Brauche ich aber nicht. Wir werden mal schnell neu laden. So üppig haben wir die Wiederbelebung, das hat auch nicht. So. Lade. Memory Card 1 und den neueren Spielstand natürlich. So, den da. So, da wir da direkt durchkommen, habe ich es jetzt nicht eingesehen, da eine Wiederbelebung zu spendieren, die wir vielleicht noch dringend brauchen werden. Oh, diese Mistvieche sind echt nicht so ganz ohne. Du, 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 du. So, dann mal reingelaufen. Die kann man auch so schlecht umgehen, weil die erwischen einen sehr schnell und auch sehr heftig. Ey, wie den die Pistole mal gar nicht stört, ne? Aua. Ja, jetzt lass doch mal los. Neftuin ist scheißvieh. So. Den hätten wir mal. Scheiße, dass ich den nicht sehe. Jetzt sehe ich dich. Nein. Fuck. Okay. Merke, mit der Pistole können wir nichts ausrichten. Gehen vielleicht gegen normale Raptoren, aber nicht gegen den. Dipp, dip, dip. Dipp, dip. Dipp, dip. Gleiches Spiel. Nochmal. Datteste Spiel. Da denn. Könnte ich die Pistole eigentlich fast da reinlassen, so ungefähr? Überprüfe. Na komm. Äh, 329. So. Missionen. Weiß gar nicht, wie oft ist dieses durchges... Nee, das könnte durchgespielt sein. So. Equipment. Äh. Okay. Dafür bin ich 25 Schuss und das war's. Ja, müsste reichen. Für die zwei und wir haben ja dann noch die Möglichkeit in dem Raum noch einiges zu holen, dann würde es schon gehen. Jetzt brauche ich über sechs Minuten, um diese blöden Viecher da aus dem Leben zu klatschen. Unglaublich. So. Dann halt so. Na komm, bisschen näher. Na komm. Scheiße, das hört sich nach beiden an. Mit beiden gleichzeitig anlegen ist Selbstmord. Das machen wir immer lieber nicht. Einen kann ich durch die Stoppwirkung der Schrotflinte zumindest kurzzeitig zurückwerfen, dass er nicht direkt angreifen kann, aber der zweite kommt durch. Okay, einer ist schnell, einer ist langsam. Okay, Equipment. Passt. So, den ersten haben wir. Komm her, Scheißvieh. Was ist das mit dem? Ja. So, hat es doch Hand und Fuß. Ja, mit der Pistole brauchst du halt echt nicht mehr ankommen hier. Halt, diese Tasse brauchen wir. Die Ruhestation. Ruhestation? Ist das ein Ruheraum, oder was? Da befindet sich eine Karte der B3. Ja. So, haben wir. Das Messie wieder von der Ruhestation Port. Da geht's zum Hafen. Stecker. Es ist eine Forscherin, der weiße Kittel ist blutbeschmiert. Ja, nicht nur der weiße Kittelmädchen, nicht nur der. So, dich werden wir noch nicht verwenden können, ne? Nope. Habe ich mir schon gedacht. So, haben wir hier noch was Schönes? Nö. Da was. Eine Luftaufnahme von der Ibis-Insel. Auf ihr ist die gesamte Insel zu sehen. Okay, so. Der Fahrstuhl kann mit den Daten dieser Karte nicht bedient werden. Ja, ich habe doch die Karte von Kirk. Der zentrale Durchgang. Ach, leckt mich doch. Müssen es immer zwei sein. Da probieren wir nochmal neu unser Spawn-Glück. So, was sagt denn unser 13? Okay, das reicht für die beiden noch. Danach müssen wir uns etwas überlegen. Wann ist beide? Ja. Wann ist beide? Okay. Okay, Laserschranke. Den Bereich kann ich mich aber ganz dunkel erinnern. Durchgang zum Experimentierbereich. Bei Durchgänge, Schächte. Okay, ist nochmal der Raptor. 15 Schuss, das reicht. Kommst du? Au. Kann kein Blut sehen. Ach, jetzt muss ich ja auch Blut sehen können. Ging schon mitnehmen, Betäubung. Ja. So. Der ist definitiv hinüber. Das hier ist deaktiviert. Nee. So, wo kommt's denn hier hin? Stelle für Sicherheitspässe. Ja, vielleicht kriegen wir da einen. Oh, das ist auch Extreme-Yoga hier. Warning, Firearms. Nee, ich hab doch keine Firearms dabei. Das sind doch keine Waffen. Warning, 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 warning. Egal. So, was haben wir denn hier? An der Stelle, an der üblichen Stelle ist kein Text. So, B2-Schlüssel 1. Diese blöden Alarm irgendwie abschalten. Ein Gerät, das die Daten eine ID schreiben kann. Das Personal der Ebene B2 und B3 ist mit allen Daten in dem Terminal erfasst. Um Datenschreiben zu können, benötigst du eine ID-Karte. Moment. Moment. Warte. Nein. So, Objekt. Die ID-Karte. Nutzen. Alarm-Modus geht auch noch nicht. Okay. Weiß auch die Nummer von Baker nicht mehr ganz aus dem Kopf. So, da bringen wir den experimentellen heute nach... Moment. Da wir den experimentellen Generator heute nach draußen bringen, wird sich ein Teil des externen Personals im Testgebiet befinden. Und noch etwas. Falls es in diesem Labor zu einer Überladung kommt, bedeutet, dass die Vernichtung der gesamten Anlage, wenn sie nicht verdampfen möchten, bewachen sie die Gegend mit großer Sorgfalt. Das Team hat kürzlich rund um die Uhr gearbeitet. Dr. Kurt hat sich seit knapp einer Woche nicht mehr blicken lassen. Er arbeitet pausenlos. Achten Sie gut auf die Vorschau und denken Sie daran, dass der Erfolg des Experiments davon abhängt, dass Sie denken können. Dr. Kurts Glaubwürdigkeit hat in letzter Zeit gelitten. Was das Personal angeht, achten Sie besonders auf das ID-Schreibgerät, um illegale Nutzung zu verhindern. Jemand hat bereits das Gerät im ersten Stock unerlaubt benutzt. Haltet die Augen offen. Was hier hinten? So... Warning, 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 warning. Entschloss der alten Schlüsselchip. Na, was liegt denn da? Äääh... Eingabe-Disk-S. Jetzt machen wir das, okay. So... Jetzt können wir es hier irgendwo mal deaktivieren. So... LAR-Modus So, können wir da jetzt das Ding umschreiben? Leck, war das 58037? Nein 5 8 0 3 7 Signalnummer ist ungültig Äh, gut, wir machen sowieso einen kleinen Cut Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen, wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal Servus Lea